Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu Bionicle Heroes auf der Playstation 2. Wir sind letztens stehen geblieben bei dem allerersten Level von dem roten... Mir fällt der Name schon wieder nicht ein, sag ich. Und ja, äh, 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 schnacken wir nicht lange rum, starten eigentlich direkt los und... Folgen wie der Anweisung von unserem Charakter, der rote Bionicle. So, la. Die Abendsmusik, also ich finde die Mucke in diesem Game, wie gesagt, schon mal hammermäßig. So, die Teile nehmen wir natürlich alle mit. So, und da möchte man, da möchte man hin. Ich denke... Naja, der zweite Part ist meistens eigentlich... Also der zweite Level mit der grünen Kugel ist eigentlich immer recht uninteressant, sag ich mal. Zonenauswahl, wir gehen hier zum roten rein. Harkanz. Vulkan. Oh, ich wurde absolut hierher geportet. Genau, da tun wir jetzt den Kopf rein. Wer hier übrigens sehr weiß, beziehungsweise schwarz aussieht. Vulkanfahrt, rein damit. Rein mit uns. Ich liebe den Typen. Hammergeiler Charakter. Ja. ... Oh Ulka-Anfahrt. Ach, die Lloyds, ich lieb's immer wieder, der Humor in diesem Game ist und bleibt einfach der Wahnsinn. Ich liebe es so sehr. So, hier gehen wir jetzt einfach durch, direkt Cutscene, direkt goldenes Teil hier. Aber der ist sehr präsent in den Leveln, ne? Also in den anderen Leveln davor waren die nicht so präsent und der ist hier sehr viel, sehr oft zu sehen. Die kleine Spinne wieder. So, das sind die größeren Spinnen, die manipuliert werden. Und die haben ja auch etwas im Pop, mit dem sie manipuliert werden. Da kann man hier einfach kaputt machen, okay. Da haben wir direkt sogar einen silbernen Kanister. Ja, komm, nimm mal die Schlupbinde. Bam bam, weg mit denen, alles hier, zack, zack, hochpeng, sag ich. So, ganz entspannt, Arino. Komm, hopp. Na, da hab ich jetzt ganz schön viel geschluckt, du. Wie die Moodie es beigebracht hat. So, wo war hier? Hier war der Kopf. Ah, okay. Wir brauchen mal einen roten Kopf. Schön, dass man hier einfach nichts sieht. Aber, gut to know. Ja, wir müssen so oder so müssen wir öfter die Level spielen. Ich würde ja schon ganz 100% voll machen wollen. Einfach nur schon für meinen besten Supporter EU West hier. Damit die Story hier 100% abgeschlossen ist, weiß ich vielleicht sogar was für seine Videos von dem Let's Play klauen kann, wer weiß, ne. So. Das haben wir hier alles. Machen wir jetzt gleich mal auf hier. Ja. Unnötig verwendet. Verschwendet, meine ich. So, hier gehen wir gleich weiter. Ich nehm das hier hinten noch mit. Zack, zack. Nichts? Oh. Ah, ne von hier kommen wir, glaube ich, ne. Ich dachte, hier ist noch zu viel was. Ja, die lasse ich liegen. Das lohnt sich jetzt nicht, den Spaß aufzumachen für das bisschen Geld. Wir haben so viel jetzt schon gelevelt. Das lohnt sich nicht. Das ist jetzt Schwachsinn. Und für 100% muss ich jetzt auch nicht unbedingt alles freikaufen im Shop. Das ist jetzt nicht so wichtig. So, hier gibt's wieder einiges zu machen. Wieder einige Urtchen. Urtchen auch. Aber für ein Lego-Spiel ist das Game generell recht kompliziert gehalten sogar. Ja, Reichweite ist sehr stark, ne. Auch wenn's nicht so der Schaden so hoch ist. Die Reichweite ist gut. Naja, Schwutz. Bis dich. Hopp. Wir haben doch schon recht zu dir gelevelt. Schön, dass ihr die Sachen nicht mal mitnimmt. Finde ich frech. So. Wird mal auch noch so ne Maske, falls wir es nicht gehabt hätten. Aber wir haben's natürlich. Und wenn wir besser sind. Das lasse ich liegen. Das ist Schwachsinn. Kann man da vielleicht mit ihm rein? Nein. Hätte man ja provieren können. So. Oh, hier könnt ihr sogar weiter. Wieder ein silberner Behälter. Habe ich schon mal alle silbernen Behälter eingesammelt? Weiß ich gar nicht. Aber jetzt zumindest nicht im Kopf. Oder ich wüsste es eher gesagt nicht. Müssten wir überhaupt hier weiter? Ah, dann nach oben. Okay. Aber was ist da hinten? Vielleicht will ich ja der Ass nach hinten. Wer weiß? Ha? So. Hoch mit uns. Hoch mit uns. Kurzer Schocken. So. Jetzt noch mal ein Behälter. Silber, Gold, Gold. Na gut. Anderen goldenen können wir auf jeden Fall nicht einsammeln. Das heißt, ein Goldener ist auf jeden Fall schon mal hier in diesem Level verloren. Das heißt, die Maske oder die Materialien zum Herstellen von der Maske, dass diese Vorlagen wo aussehen wie in der Maske. Na, aus denen werden die Maske gemastert. So. La. Jetzt vielleicht nicht so schlau auf Blaue zu schießen mit Wasser, ne? Aber ich denke mal so Lava vielleicht macht es hier dann doch ein bisschen mehr Sinn. Bevor ich jetzt hier weitergehe, war da hier nicht ganz noch irgendwas? Ne. Da vielleicht kann ich da irgendwie noch rein. Rein, meine ich. Die Maske brauche ich nicht. So. Das sind jetzt richtige Projektile, was man schießt in Zwischenzeiten, ne? Brauchen wir das? Brauchen wir. Wunderherrlich. Da hinten müssen wir tatsächlich auch. Aber es reicht anscheinend noch nicht. Wir brauchen mehr. Okay. Wir brauchen hier mehr. Hier brauchen wir wieder das Feuer. Aber hier liegt noch so viel Zeug, ich will erstmal zurück und schauen, dass wir hier alles mitnehmen. Darüber kommen wir gar nicht, oder was? Machen wir die Spinne. Dann müssen wir jetzt komplett zurück. Ja, von da komme ich. Ja, okay. Ne, dann passt. Habe ich nichts gesagt. Vergiss meine Worte. So. So. Im Lava bewegen wir uns sogar tatsächlich mit ihm schneller. Hab ich gerade gemerkt. Na komm. So. Und natürlich wieder einmal einen Hellenmodus erspielen, den wir ja fast fertig haben. Dauert gar nicht mehr so lange. Da oben ist noch was Silbernes. Das sehen wir alle. So. Der Hellenmodus dürfte gleich wieder frei sein. Einmal drehen bitte. Danke. Die Maske wollte ich jetzt nicht. Da brauchen wir wieder den Endboss, Endboss, Endboss. So. Natürlich alle schön hier mitnehmen, wichtig und richtig. Wir wissen Bescheid, wir wissen Bescheid. Oh Gott. Das kleine Flattervieh. Oh, das ist aber ganz schön aggressiv gerade. Verdammt aggressiv gerade. So. Puff, Peng. Der ist weg. Wir können nicht ins Lava. Schmutz. Und da kam er. Jetzt müssen wir hier hoch. Dass wir nicht in Lava können. Oh, hier ist nochmal das. Oh. Oh. Thanks for the money. Boom, boom. Distanz hat die Waffe echt gut Musik, immer noch ein Banger, ich bin und bleib dabei Das ist halt absolut useless, absolut dumm Finde ich halt auch blöd Diese kleinen Dinger, das ist sowas von unnütz War ich da nicht lieber? Muss ich wahrscheinlich von da rein machen, ne? Zwei Spinnen sogar, hey! Da ist auch noch was, hier ist auch noch was Dafür haben wir definitiv kein Plus gebraucht Was brauchen wir hier für? Um? Wie kommen wir da jetzt drauf? Das ist jetzt meine Frage, ne? Wirst du da nicht hoch? Dankeschön Was ist das dann? Ist ja absolut unnötig Also absolut unnötig Also ich soll anscheinend da hochfliegen Vielleicht von hier aus? Ah, okay, sag ich doch Hä? Was war das jetzt? Nice Buck Okay, jetzt hat's hingehauen Wird auch zu hoch gefahren Perfekt So, ein Silbernes fehlt noch Und dann können wir jetzt hierunterspringen Verstehe Okay, ich verstehe Machen wir das noch auf, den Spaß hier Ah, okay, jetzt wird's so'n Spaß Rail-Shooter quasi Stimmt, wir müssen ja mit denen mal rein Finde ich immer noch einen Blödsinn Warum wir mit dem ausgerechnet rein müssen, aber hey Ich sollte mich nicht beschweren Ich sollte mich nicht beschweren Ich sollte mich nicht beschweren Bautschi, bautschi Das hat verwehgetan, ihr Schweine Ja, ich hab das Goldene tatsächlich gesehen Das ist gleich daneben dran So blind bin ich dann auch wieder nicht Freunde Agua Big Agua My big front Ich darf hier gar nicht rüber, oder was? Was ist denn das da? Ja, das ist definitiv nicht das, was ich brauche hier Da brauche ich dafür das Teilchen da Da komme ich gar nicht erst durch Warum komme ich da nicht rüber? Muss ich wahrscheinlich nicht Ist wahrscheinlich dann unnötig Oder unnütz Einfach nur nütz für den Helden-Modus, um weiterzufahren Nennt man auch ein unsichtbares Loading Gate Ja, anders hättest du es auch nicht machen können früher Ich verstehe schon, warum man das so macht Ne, so ist es nicht Was aber für eine Reichweite ist der Wahnsinn Und die ganzen Teile liegen da jetzt da und ich kann sie nicht mit aufheben Das finde ich halt schade Das hätte ich nämlich gerne dabei Oder würde ich gerne mitnehmen, ja so gesagt Was ist denn schließlich wieder Money? Und da ist das letzte Silberteil Perfekt Also jetzt haben wir auf jeden Fall hundertprozentig mal alles durch Heilig Heilig Da hat kurz mein Game geduckelt Playstation lebt noch Ja, die lebt noch Aber die rönt gerade ganz schön, du Ob das so gut war vom Spiel, weiß ich ja nicht, ne? Oh, wir haben es bewegt Jetzt kommen Teile raus Also das, das ist das, das ist das unnötige Also sowas ist so unnötig So was kleines zu machen Oder diese Blumen, ne? Da finde ich halt das Wackeln sinnvoller Und das ist schon ein Blödsinn Ein goldener Behälter Wie viel denn darin? Wie so eine Spinne I'm a snake I'm a spider Pum Ah, da sind wir ja sogar schon Nehmen wir natürlich nochmal alles mit, ne? Machen wir hier alles auf ganz entspannter Rino Basis Boah, jetzt hat das eigentlich Na Man sieht mehr aus dem Man sieht mal aus dem So, Vulkanfahrt ist absolviert. Ja, dann gehen wir wieder schnell in den Schmoppimoppi. Schauen wir mal, was wir noch machen können. Alter Hammer, auf jeden Fall, den haben wir jetzt auch. Da fehlt uns noch Rüstung, den haben wir auch vollständig. Machen wir mal die Rüstung hier voll. Hallo? Hallo? Hammer, Hammer, ist nur noch den hier? Voll, 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 voll. Perfekt. Sprungbrett, Tipp 1, Tipp 20, aber für was sollen die Tipps sein? Kaufen wir mal was? Kaufen wir mal was. Sprungbrett. Die Tipps sind ja... Wie viel habe ich noch? Komm, kaufen wir uns einfach die Tipps fertig und gut ist's. Was, was? Halte Ausschau nach schwarzen Lego-Kontasten. Diese sind erst verfügbar, wenn die Endgegner besiegt hast. Das ist eher Schlauberger. Ja, warum kann ich jetzt wieder nicht hin? Halt das Game geglitscht? Jetzt. Wenn du Fähigkeiten deines Tor im Laden verbesserst... Kannst du Zugriff spielst? Komm, wir kaufen alles, wurscht. Geh in Deckung, genau, kaufen. Zoom drauf, wissen wir ja noch nicht. Ja, das ist durchaus richtig. Ja, logisch. Bonuscharakter, okay. Okay. Ist du ja auch richtig? Ist es auch richtig? Sag mal, Captain Obvious oder was? Tipp 1, zu GX umzuschießen. Das ist ein Tipp, der war die 50 Lego-Teile wert. Genau so ist es, zu interagieren. Ja, na, selbstverständlich. Wer weiß das nicht. Also, sorry. Echt? Okay. Danke für den krassen Tipp, Bro. Jawohl, okay, krass. Danke für die Info, wusste ich noch nicht. Echt? Tipp 7, beste Tor, Maske, regeneriert deine Gesundheit. Ja, das wusste ich auch schon, stell dir vor. Was weiß ich denn mit dem hier schießt? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Da unten ab. Geisteskrank. Geisteskrank. Gut, Freunde der Sonne. Ich würde sagen, das war es wieder für diesen Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Bionicle Heroes of the PlayStation 2. Bis dahin, wie immer, vielen herzlichen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Reingehaut auf Wiederschauen und bye-bye.